Hallo Servus Leute, Willkommen zurück zu Oddworld Ape's Odyssey Ich werde jetzt erstmal, hm, hoppla Was ich im letzten Part erklärt habe So, jetzt nur mehr Luck haben Ist übrigens schon der nächste Tag Also, ich wundern, und irgendwie hat keiner Kommentare geschrieben, keiner liebt Ape Naja, vielleicht Warten sie einfach nur drauf, vielleicht wollen sie zusehen Wenn ich mich hier quäle Moment mal Ich habe gerade eine Idee, das probiere ich mal Aber dafür müssen erst die Slicks abhauen Na ja, kann ich eh schon vergessen Der eine hat was gesagt und ist sofort wieder umgedreht Da war ich zu übereifrig Ich werde versuchen unten zu bleiben Und ihn nach links zu locken Das könnte übrigens den ganzen Part dauern, das hier Je nachdem, wie ich mich hier anstelle Ja, viel zu spät geballert Ja, viel zu spät geballert Okay 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 Boah Ja, ist gut Verschwindet da oben Verschwindet da oben Fuck Schon gut Jetzt haben die ein blödes Timing drin Ja, jetzt kommt der obere wieder und der untere hat ab Und jetzt, wie der untere kommt Verdammt Bleib oben Bleib oben Äh, bleib da meine ich, Oberer Verpiss dich, schnell Verdammt Schon gut, lass den da oben in Ruhe Sag mal, hat der da oben Langeweile oder was macht der da? Es geht beide zugleich weg Dreht um Ja, ja, perfekt, perfekt Nein! Lass dein Hobby in Ruhe Hallo, hallo, folge mir, okay Schneller, 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 schneller Oah Pfff Oah Piss dich Also der untere Hau ab Ja, da oben Hau ab Hau ab Nein Ich war zu langsam Ja, ich wollte die beiden jetzt in Panik ausbrechen lassen, damit der obere dumm genug ist, in die Bombe rein zu latschen Das war mein eigentlicher Plan Das hätte auch Ja, ja, das hätte auch fast geklappt Mal das Ganze Gibt's jetzt nicht Bewegung? Danke Gibt's jetzt nicht Bewegung? Danke Gibt's jetzt nicht Bewegung? Danke Es könnte etwas dauern der kommt oh shit was war das gerade ich bin gesprungen kommt davon wenn ich in panik gerate ich war gerade so hektisch ja dass der da oben nicht einfach weiter pennen kann aber nee noch was was jetzt die frage aufkommt oder die frage aufkommen ja ich würde ortwold new and tasty auch machen ja ich werde ja ich werde auch sterben ja ich werde manches odyssey machen und ja ich werde wer ist das nochmals dryers wave auch machen mein ziel ist bei allen das gute ende zu erzielen keine ahnung wie viel zeug ich da brauche falls das überhaupt genauso ist wie hier nur ob ich da in den anderen spielen ebenfalls 100 prozent holen werde das weiß ich noch nicht ich habe schon wieder auf die uhr geguckt wann ich aufgenommen habe ich glaube um 11 habe ich aufgenommen und jetzt ist es 20 ich sollte langsamer machen ich gerade immer in panik ich sollte mal langsamer machen sollte nicht so hektisch sein ich sollte mir zeit lassen mit dem ganzen zeug boah wäre ich jetzt wieder neben gesprungen ja hau ab du da oben hau auch ab schneller ich hoffe der ist weit genug weg geh weg da oben jetzt kann es vergessen als ja jetzt kommt der obere wieder wir haben jetzt einen richtig doofen rythmus drin dabei putzen die doch nur die verprügeln ihre eigenen angestellten fast so wie moderne schiff weg die weg ich habe mich den ganzen tag zeit da ist nicht weit genug weg das sehe ich ich wollte deine mine aktivieren ja jetzt sind sie beide weg da ist klar jetzt ist es easy warum hat das gemacht danke slick dass du mir geholfen hast ich glaube der slick hat sich jetzt ins spiel reingeheckt und mir geholfen jetzt ganz langsam jetzt nicht sterben wenn ich jetzt sterbe es wäre echt schlimm ich jetzt sterbe es wäre echt schlimm danke hier ist schatten oh gott wie schaffe ich das denn nein jetzt oh kacke jetzt hätte ich es schaffen können nein die starttaste weil ich versehentlich auf die starttaste gekommen bin weil diese fuck starttaste genau auf den stick drauf ist ich wette ich muss es nochmal machen oder das kriege ich doch nie mehr so hin du bescheuerte ja bewegt deinen hintern gebe ich den tritt sie sind wieder da halt's im kopf nicht aus das hat mir das spiel jetzt heim gezahlt von wegen auch ja auch gecheater weil der slick selbst mal begangen hat sei doch bitte dumm und geh nochmal ins verderben nein nein du hast nichts gehört oh ja super ja beide synchron bitte und jetzt haut beide ab der obere zuerst bitte nein das ist schlecht okay das ist gut nein hör auf mit deinem Hobbys hallo in der Zeitschinde hör auf da oben guck nicht so doof hier gibt es nichts zu sehen ja Bewegung da oben danke nein hör auf mit deinen Hobbys okay hallo hallo folge mir okay warte okay 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 warte warte angst weg da Oh Gott Ruhe da oben Ist der blöd Du wartest im Schatten Das ist nicht wahr Oh gut dann hole ich ihn eben hier Ja Jetzt Bleib hier Ich hätte ihn fast gehabt Das hat dich doch im Kopf nicht aus Haut ab ihr beiden Na gut Wieder Musik verändert Und tschüss So jetzt muss ich abhauen Schleich mich lieber so voran So kann ich das besser abschätzen Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Und ich bin hier Oh, das ist schlecht. Ich muss warten, bis beide einen Rhythmus haben. Ich kann versuchen, zu jumpen und dann schnell abhauen, nach rechts. Rette, verlorene Seelen. Oh, meine Herren, bitte einen Speicherpunkt, ich habe mir einen verdient. Ja, Speicherpunkt, aber das sieht schon wieder verdächtig aus. Wie spät ist es? 31, der Part dauert jetzt genau 20 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Gut, dann wird es so auch saven. Und dann würde ich sagen, das war Ape's Odyssey. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch!